ja es ist wieder so weit und in diesem sinne recht herzlich willkommen meine freunde hier aus der wunderschönen feststeimark was ist wieder so weit einige haben schon danach gefragt und einige stehen sogar schon auf der liste ja es ist 2023 und auch in diesem jahr wird es wieder eine bauernhof woche geben das ganze fährt vom 5 bis zum 13 august hier statt und ihr habt die möglichkeit hier die weststeimark auf meinen bauernhof zu kommen und bis zu neun tage hier mit dabei zu sein wie funktioniert das ganze kostet euch nämlich gar nichts ihr müsst nur hier her kommen kost und logis frei habt die möglichkeit ihr werdet hier kulinarisch versorgt ihr könnt hier pennen ihr könnt ihr mit zelt mit wohnmobil etc anreisen hier mit dabei zu sein aber was ist die grundvoraussetzung richtig ihr müsst tagsüber ein bisschen mithelfen hier das bedeutet hier wird relativ viel geschehen es wird relativ viel passieren wer nicht weiß oder wer sich nichts darunter vorstellen kann kann die videos der letzten jahre ansehen die vlogs dazu zu den bauernhof wochen was haben wir hier gemacht und auch heuer steht wieder einiges am plan der klassiker ist es natürlich hier das ganze grundstück wieder sauber zu bekommen und bäume zu schneiden äste zu schneiden hecken zu schneiden mit der motorseite ein bisschen rumlaufen mit der kettensäge ein bisschen holz schneiden holz spalten und hier im südlichen bereich des grundstücks haben wir noch ein altes stahlgebäude da war ja der plan dass man das letztes jahr abbauen und eine andere scheule damit renovieren hat nicht ganz geklappt hat zeitlich nicht und manpower technisch nicht ganz funktioniert in der so kurzen zeit aber auch heuer steht das wieder im plan mal sehen wie weit wir kommen das bedeutet wie schon gesagt ihr könnt hier hinkommen es gibt frühstück mittagessen abendessen nice snacks zwischendurch ab abend lagerfeuer musik etc lustiges gemütliches beisammen sein und wie schon gesagt das ganze kostet euch gar nichts die voraussetzung ist einfach tagsüber hier ja aktiv ein bisschen mit zu arbeiten und mit dabei zu sein wie schon gesagt selten 5 bis zum 13 august die anmeldung könnt ihr mir auf facebook schicken auf instagram schicken auf dem discord am besten haben wir eine eigene gruppe dafür da gibt es auch einen eigenen google eine google tabelle eine excel tabelle eigentlich eine wo ihr seht wer ist mit dabei von wann bis wann ist mir mit dabei und ich würde mich natürlich freuen wenn auch du auf dieser liste mit dabei stehst für ein paar tage hier mit dabei zu sein und in diesem sinne ich bin raus euer wie war